luft stecken luft elementar beschwören einmal täglich besitzt acht trefferwürfel eine stunde ist nicht schlecht schlafgas erzeugen zehn ladungen reichweite lang wird ein luft elementar getroffen wird diese sofort zerstört rettungswurf gegen zauber ach so zweite hand bereits belegt das ist zwei handwaffe okay also ein stabschleuder pack stelle ich fest kommt meine hübschen sklaven das wird kein das sind keine flungene gefang gefängnis insassen das sind eindringliche wir müssen sie für meinen herrn vernichten wehrt euch ihr kriegt keine zweite chance ja soviel zu meinem säure fall ihr habt den meister getötet ihr habt ihn getötet bei klang links achse ich habe so etwas sicher mal für möglich gehalten könnt ihr mir sagen wo der ausseher ist wisst ihr womit dieses wesen die leib eigenen kontrolliert ja es ist die kugel die er bei sich trägt die kugel der beherrschung ich kann sie nicht berühren solange dieses halbvertrag aber wenn sie zerstören wird könnt ihr ihr müsst die kugel in den raum der im süden von hier liegt bringen in der mitte des raums befindet sich ein magisches kohlebecken die flammen werden die kugel zerstören und dabei alle leib eigenen hier befreien ich muss fliehen bevor der ausseher bemerkt dass der herr der leib eigenen tod ist bitte zerstören die kugel wenn ihr könnt ich fliehe euch an so dann will ich noch eine sache machen das sieht nämlich so aus als ob es funktionieren könnte ohne dass ich hier jemanden anpisse keine große herausforderung nun gut ich denke ich kann auch auf einer nadelspitze tanzen ungesehen bewege ich mich durch die welt ja um schatten verstecken ist gelungen so geht das natürlich auch leichtfüßig und so so kriege ich den auch ausgelockt und gesehen bewege ich mich durch die welt ich hätte nämlich gern noch die netzten ifrit ihr seid direkt hinter mir nicht wahr sehr gut so löst sich die gasform irgendwann auf ich helfe wo immer ich kann ich helfe wo immer ich kann so das waren damit alle gegner da drin und ich glaube das letzte gefängnis lasse ich aus also das hier oben das da weil soweit ich weiß sobald ich die kugel hier rein werfe ihr legt die kugel in die ausgeschreckte hand und setzt sie und seht wie sie in die senkte hitze gezogen wird einer umgegangen passiert gar nichts dann hört ihr ein äh das geräusch und die kugel zerbricht ich bin bereit aber gerne so jetzt müssten diese wurmlöcher eigentlich gar nicht mehr funktionieren lasst uns doch ein bisschen auf was böse ihr ihr würdet doch keinem gnome was tun oder ihr habt die kugel zerstört meine fürstin ich ich hätte fast nicht ist fast nicht für möglich gehalten wie wunderbar meine freunde sind wahrscheinlich in den entlingendsten ecken des gefängnisses geflohen oder haben sich dummerweise vorte importieren lassen ich werde ihnen auftragen sich auf den moment vorzubereiten wenn der wächter tot ist ihr müsst jetzt den campion vernichten meine fürstin das ist die einzige chance ja jetzt funktionieren halt die löcher nicht mehr wache wache die sklaven fliehen die narren ruft den herrn der leibereignen an ich will wissen was hier vor sich geht ich werde diese ebenen auseinander nehmen damit diese drängigen sklaven zurückkehren kommen ich werde ihnen das feld über was soll das ihr gehört nicht zu meiner wache ihr ihr seid es ihr ruft diese probleme hervor ich werde euch bis in alle ewigkeit leiden lassen eine meiner leichtesten übungen friss das war ja hier das war ja hier ja dem loch komme ich wenigstens vorbei ok ihr zeigt wo immer mingst auch hingeht macht das böse einen schritt zur seite äh schneller als chick ticker schnell pratze ich denke ich kann auch auf einer nadelspitze tanzen hm keine große herausforderung so wir können ja doch mal kurz gucken ob wir in das loch reinkommen ob es da noch was gibt was lohnenswert ist was braucht ihr leichtfüßig und so durch das loch müssen wir erstmal so rein wo die wo ich eigentlich auch nicht ok Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Keine große Herausforderung. Ja, ihr würdet doch keinem Gnom was tun, oder? Ah, wie ich sehe, habt ihr die Google dabei, mein Fürst. Ich glaube, der Kupferschmied im Raum östlich von hier in der... Dass der Kupferschmied im Raum östlich von hier in der Lage wäre, sie einzuschmelzen. Wo das Einzige, was zu zerstören, sie in der Lage ist. Nun gut. Ja. Ja. Hm? Ja. Gut, den Teil kennen wir. Ja. 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 Das war ich. Also Talisa war das jetzt gerade. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag es gerne etwas glänzender. Ihr, ihr würdet doch keinem Gnom was tun, oder? Ich warte. Nun gut. So, Wache, bla bla. Na, kommt her. Das war eben die Absch... Okay, dann. Das war jetzt wohl Todeszauber. Der mich gerade getötet hat. Können wir jetzt langsam mal mit der Mäzelei anfangen, ja? Ich war keine große Herausforderung. Oh, hier ist noch irgendwas, sehe ich gerade. Gold und ein paar Pfeile. Das war die falsche Taste. Habe ich sonst irgendwo was übersehen? Ja, da oben. Ja. Nun gut. So, jetzt aber. Und ja, ich dachte mir schon, dass das hier eine halbe Ewigkeit dauert, bis wir das hinter uns gebracht haben. Die können ruhig bei dir bleiben. Das kann hier zu Yoshimo zum Verkaufen. Der Behälter ist voll. Auch gut. Und ja, ich dachte mir, dass das hier eine halbe Ewigkeit dauert, bis wir das hinter uns gebracht haben. Komm, Kambion. Okay, wenn der Kambion nicht kommen will, dann können wir vielleicht ein paar Erdkolosse rauslocken. Ich bin bereit. So. Du heizt dich mal auf dem Weg. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, langsam wird es weniger. Das war die abscheuliche Austrocknung, die halt böse alles töten kann. Warum gehen wir nicht hin und bitte das da drüben, einfach nieder.